Hey Leute, wie findet ihr mein LGBTQ Pride Outfit? Ich habe nämlich keine Regenbogenflagge zu Hause und deswegen habe ich mir jetzt hier mein Universe Outfit angezogen. Das soll aber dasselbe bedeuten und an dieser Stelle herzlich willkommen hier zu einer neuen Tierlist-Folge auf meinem Kanal, wo ich euch einen kleinen Wunsch erfüllen möchte. Denn beim letzten Mal, wo ich die ganzen Mädels der Wizarding World gerankt habe, gab es sehr, sehr viele Leute, die gefragt haben, Daniel, 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 wenn du schon die Mädchen dran nimmst, dann könntest du ja auch eigentlich mal die Jungs nach Attraktivität ranken. Und ja, auch wenn ich ein cis, weißer, heterotyp, was auch immer bin, denke ich, kann ich das ganz gut beurteilen, welcher Typ attraktiv ist und welcher nicht. Muss ihn ja nicht gleich heiraten, oder? Und von daher wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Doch kommen wir erstmal hier zu den verschiedenen Attributpunkten. Wir haben ganz oben einmal Boyfriend-Material. Möchte ich einmal kurz dazu sagen, dass mir diese Idee für die Rubrik von Twitter kam. Ich glaube, da hat Lindy die dünne Eisbeauftragte sowas ähnliches irgendwie gesagt in irgendeinem anderen Kontext. Und das habe ich jetzt einfach aufgegriffen. Direkt darunter haben wir nur gucken, nicht anfassen. Dann toller Charakter, aber nicht mein Typ. Ähm, nee. Und zu guter Letzt noch nicht mal mit der Kneifzange. Also ich finde in Sachen kreativer Rubriken könnte man mir schon einen kleinen Preis verleihen, oder? Unten aufgelistet seht ihr wieder insgesa... Wie viele sind das? Ich habe noch gar nicht nachgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Müssten 16 sein. 16 verschiedene Charaktere der Wizarding World. Natürlich alles Männer bzw. Jungs. Oder Jungs bzw. Männer. Sollte ich bei einem jüngeren Charakter sagen, dass der attraktiv ist, dann bitte nicht zu sehr auf das Alter im Bild achten, weil das könnte eventuell sehr missverständlich am Ende wirken. Und wie immer, Leute, und dann geht's auch endlich los. Das hier ist nur meine subjektive Meinung. Es ist einfach nur ganz, ganz plump oberflächlich jetzt hier bewertet, ohne dass ich mir vorher viele Gedanken gemacht habe. Und deswegen bringt mich bitte nicht um, wenn euer Crush jetzt ganz weit unten landen sollte. Das meine ich nicht böse. Und hey, seht's positiv, dann gehört er euch. Aber genug gequatscht. Fangen wir an mit Peter Pettigrew. Nee? Äh, ähm... Also, dass der nicht oben einsortiert wird, sollte wirklich jedem klar sein. Die Frage ist jetzt, packe ich ihn bei, ähm, Nee rein? Oder bei nicht mal mit der Kneifzange? Ich würde sagen, nicht mal mit der Kneifzange, weil, naja, Aussehen, Leute? Dann Charakter? Ich wüsste nicht, was diesen Typen positiv dastehen lässt. Deswegen einmal ganz nach unten. Als nächstes in der Liste haben wir Percy Weasley. Charakterlich, äh, nicht mein Fall. Auf gar keinen Fall. Weil ich meine, ja, Leute, Percy Weasley, ne? Ein so autoritärer Typ, der so auf Regeln erpicht ist und so einen Stock im Arsch hat. Kann man nicht anders sagen. Und von daher, ja, würde ich ihn auch eher weiter unten einsortieren. Aussehenstechnisch auf jeden Fall besser als Peter Pettigrew. Ähm, aber auch, ja, soll ich ein bisschen netter sein? Ja, komm, seien wir ein bisschen netter, Leute. Immerhin sieht er nicht so schlimm aus wie Peter Pettigrew. Ja, kommen wir zum Schönling der Wizarding World. Nämlich Cedric Diggory, gespielt von Robert Pattinson, den Typen aus Twilight. Dieser eine, der da so komisch glitzert. Und, ja, was soll ich sagen? Er ist halt einfach attraktiv, Leute. Das kann ich auch als Typ sagen und das ist auch naheliegend und ich glaube, da werden mir auch einige zustimmen. Deswegen, auf jeden Fall einer der oberen dreien. Charakterlich ist er mir auch sehr positiv hängen geblieben. Ich meine, er war sehr hilfsbereit, er war sehr fair und sehr, ja, sozial, kann man sagen. und daher würde ich ihn schon, äh, ja, doch schon zu Boyfriend-Material zählen. Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Dean Thomas ist der Nächste auf dieser Liste. Ähm, ich habe leider nur ein jüngeres Foto gefunden, deswegen am Anfang nochmal kurz der Hinweis, dass ihr bitte nicht so sehr auf das Alter der Personen in den Bildern achten sollt. Äh, genau. Aber, Dean Thomas kommt ja auch als älterer Charakter vor. Ich muss sagen, ja, verkehrt sieht er, finde ich, nicht aus. Ähm, charakterlich war er persönlich für mich auch immer relativ sympathisch. Ich glaube aber, ich würde ihn trotzdem bei toller Charakter aber nicht meinen Typ einsortieren. Allgemein sieht er zwar jetzt nicht verkehrt aus, aber er wäre jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, wow, das ist der neue David Beckham oder so. So, gilt das denn auch für Bill Weasley? Ich weiß, dass es sehr viele von euch da draußen gibt, die Bill Weasley, ja, sehr attraktiv finden und sich auch, äh, durchaus mehr mit ihm vorstellen können oder einen Crush auf ihn haben. Ich muss auch sagen, ich finde Bill Weasley, ähm, sieht auf jeden Fall besser aus als General Hux aus, äh, Star Wars, äh, welcher vom gleichen Schauspieler gespielt wurde. Aber, ja, was heißt aber? Es gibt eigentlich kein aber. Er sieht ganz gut aus. Er hat einen sehr tollen Charakter. Also, der Charakter ist, finde ich, noch ein bisschen weiter oben als das Aussehen selber. Soll aber nicht heißen, dass er schlecht aussieht. Deswegen packe ich ihn auch, ja, ganz nach oben. Er ist auf jeden Fall Boyfriend-Material, würde ich sagen. Seamus Finnegan, der gute Freund von Dean Thomas. Packe ich ihn dann auch neben Dean Thomas oder woanders hin? Also, ich sag mal, ja, doch eigentlich schon. Ich finde ihn ein bisschen unsympathischer als Dean Thomas, muss ich gleich dazu sagen, aber das ist nur so minimal. Ähm, aussehenstechnisch würde ich ihn ähnlich einkategorisieren. Also, ja, so, ne, Mittelmaß würde ich jetzt mal sagen. Deswegen packen wir ihn auch zu. Toller Charakter, aber nicht mein Tü, oder doch zu... Na komm, wir packen ihn dahin. So schlimm sieht er nicht aus. Argus Phil. Äh, ja, Leute, muss ich dazu viel erzählen? Ich meine, ey, es ist Filch und ja, äh, also, ich denke, ich muss nicht erklären, warum ich ihn ganz nach unten packe, zu nicht mal mit der Kneifzange, was auch daran liegt, äh, weil er aussieht, als hätte er sich schon seit drei Monaten nicht mehr geduscht. Die arme Mrs. Norris. Ja, auch der darf natürlich nicht fehlen, der gute Crab, von Crab und Goyle. Und ganz ehrlich, Leute, Crab ist da auch der richtige Name für ihn, weil, naja, er hatte weder einen guten Charakter, noch ein gutes Aussehen, würde ich jetzt subjektiv von meiner Seite aus sagen. Und deswegen, er ist noch nicht so ganz schlimm, wie die beiden Kollegen hier, aber man kann ihn durchaus auch dahin, na, wobei, nein, ich packe ihn doch dahin, Leute, das geht echt gar nicht. Harry Potter himself, der, ja, Auserwählte, ist er denn auch der Auserwählte in diesem Ranking? Ich glaube eher nicht so. Also, aussehenstechnisch ist Daniel Radcliffe, also, oder Harry Potter, kann man so und so sehen, ähm, durchaus ein attraktiver Typ. Ich finde Daniel Radcliffe noch deutlich attraktiver als Harry Potter. Ähm, aber wenn ich das jetzt natürlich, ja, anhand Harry Potter bewerte, würde ich sagen, dass man ihn, ja, schon irgendwo hier hinpacken kann, nur gucken, nicht anfassen. Wobei, mh, ich finde seinen Charakter so lala. Ich würde jetzt persönlich, also er ist auf gar keinen Fall Boyfriend-Material, das können wir schon mal festhalten. Ähm, toller Charakter, aber nicht mein Typ. Wie gesagt, bei, ähm, Harry Potter überwiegt für mich das Aussehen noch etwas über den Charakter. Deswegen kommt das ja eigentlich auch nicht in Frage. Ähm, nee, finde ich ein bisschen zu abwertend für ihn und deswegen, hey, wo ist Harry Potter in der Liste? Da habe ich ihn, ach, lol, der ist mir hier unten reingerutscht. Äh, deswegen backen wir ihn einfach mal hier rein, weil ich glaube, von allen Attributen passt das doch am besten zu ihm. Fred und George Weasley. Ich glaube, ich habe in keinem meiner Videos jemals diese beiden Charaktere voneinander getrennt. Weder in dem Versus-Turnier damals, noch in irgendeiner Tierlist, noch in irgendeinem, selbst das Faktenvideo war über beide. Also, die sind echt untrennbar. Von daher wollte ich sie auch hier nicht trennen. Charakterlich sehr sympathisch, mag ich. Boyfriend-Material würde ich jetzt nicht sagen, weil dafür sind sie mir ein bisschen zu chaotisch und ein bisschen zu, ja, zu, zu wild. Äh, aber ich denke, man kann sagen, toller Charakter, aber nicht mein Typ. Doch, das passt am allerbesten bei denen. Oliver Wood ist der Nächste in der Liste. Das ist schwer zu bewerten, weil wir ihn ja nur in den ersten Teilen gesehen haben. Aber der Schauspieler selber, der ist schon, ja, der kommt ja auch zum Elbenwald-Festival, soweit ich weiß. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich weiß auch, dass viele einen Crush auf ihn haben und, äh, viele weibliche Potterheads da draußen sehr auf ihn stehen, aber auch teilweise männliche, ne, je nachdem, welche Ausrichtung. Und von daher, also ich, ich muss das jetzt nach meinem Ermessen bewerten. Das ist ganz klar, Leute. Ich würde sagen, boah, 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 ich persönlich finde ihn jetzt nicht so attraktiv wie jetzt Cedric oder Bill. Deswegen würde ich auch bei ihm sagen, toller Charakter, aber nicht mein Typ. Ja, doch. Oh, weia, Daniel, sag jetzt nichts Halsches. Gary Oldman beziehungsweise Sirius Black. Hat jemand hier einen Daddy-Fetisch oder so? Also, ich jetzt speziell nicht, aber ich muss auch sagen, Gary Oldman, vor allem in der Rolle des Sirius Black, mwah, sieht schon, joa, ist schon eine Schnitte, der Typ. Äh, charakterlich natürlich über jeden Zweifel erhaben. Da bin ich bei euch, Leute. Und auch aussehenstechnisch. Deswegen würde ich ihn auch ganz nach oben packen. Das Problem ist ja nicht, dass man, dass man selber nicht auf Sirius steht, sondern dass Sirius sehr wahrscheinlich nicht auf dich steht. Weil, naja, wir wissen ja, dass Sirius sehr, äh, viele Verehrerinnen hatte in seiner Schulzeit auf Hogwarts. Aber, naja, er war halt immer so ein Einzelgänger. Und J.K. Rowling hat auch selber gesagt, dass, ja, Sirius Black niemals sowas wie eine Heirat über sich ergehen lassen würde, weil er halt einfach wirklich sehr, ja, eigen, Einzelgängerisch unterwegs ist. Und das, finde ich, passt auch sehr gut zu seinem Charakter. Äh, Ron Weasley, Leute. Was muss ich euch denn jetzt dazu sagen? Äh, ich glaube, das machen wir mal gerade ganz schnell. Und, äh, ja, charakterlich, mhm, überwiegt auf jeden Fall, was sein Aussehen anbelangt. Packe ich ihn bei, ähm, nee, oder, naja, komm, ganz böse will ich jetzt auch nicht sein. Ich packe ihn mal bei, ähm, nee rein. Und da ist der zweite im Bunde von Crabbe und Goyle, diesmal der gute Goyle. Äh, sieht auf jeden Fall besser aus als Crabbe. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ähm, aber immer noch kein Augenschmaus und charakterlich, ja, entfernt er sich nicht wirklich weit von Crabbe. Deswegen packen wir ihn einen weiter nach oben, weil er ein bisschen besser aussieht als, äh, Crabbe, genau. Der vorletzte im Bunde, Draco Malfoy, beziehungsweise Tom Felton, wohl auch einer der Harry Potter Charaktere, ähm, mit der größten weiblichen Fanbase. Berechtigt oder nicht berechtigt? Ich würde sagen, schon berechtigt, doch. Also Tom Felton ist ein super cooler Typ und, äh, auf jeden Fall Boyfriend-Material, äh, aber Draco Malfoy, am Anfang, ne, ein bisschen schwierig. Später wurde er dann, ähm, sehr viel sozialer und sehr viel erwachsener, auch von seiner Art her. Deswegen, ich würde sagen, nur gucken, nicht anfassen. Also er sieht gut aus, charakterlich ein bisschen schwierig. Es ist jetzt aber auch nur meine Meinung. Ich weiß, dass Hele ihn sehr mögen und ich verstehe das auch irgendwo, aber bei mir würde er nur, ja, da landen. Was heißt nur? Ist ja immer noch, ne, in Ordnung. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Charakter, wo die Pubertät am meisten reingeboxt hat, nämlich bei Neville Longbottom beziehungsweise, wer heißt nochmal der Schauspieler? Äh, Matthew Lewis natürlich. Ja, wusste ich, Leute. Ähm, genau, Matthew Lewis, äh, hat sich ja als, als absoluter Schönling herausgestellt. Er ist so ein bisschen dicklich, ein bisschen pummelig, ne, so in der Jugendzeit und dann kam die Pubertät und dann, ne, also, er wurde schöner, Leute. Das wollte ich damit symbolisieren. Ähm, sehr viel schöner. Ich glaube sogar, er hat jeden einzelnen anderen Harry Potter-Charakter überboten, was das anbelangt. Ähm, ist jetzt die Frage, nach was ich ihn bewerte. Ich würde jetzt speziell auch nach dem siebten Teil gehen, was das Aussehen anbelangt. Und, ja, er hat einen tollen Charakter, ist ein sehr lieber Mensch, etwas rückhaltender, vielleicht ein bisschen schüchtern, hat sich aber später sehr stark rauskristallisiert und deswegen würde ich sagen, kann man ihn durchaus auch theoretisch sogar nach ganz oben packen, wenn man halt sein älteres Ich in Betracht zieht. Der Rest würde weniger auf ihn zutreffen. Ja, ich packe ihn mal nach ganz oben, Leute. Und, voilà, da ist sie. Meine Liste, meine Tierlist mit den verschiedenen Jungs der Wizarding World und wo ich sie sehen würde und mit wem ich diese daten würde. Ja, also Cedric, Bill, Sirius Black und Neville. Ähm, also, wenn ihr Bock habt, meldet euch gern bei mir. Die Nummer wird vielleicht hier unten eingeblendet oder auch nicht. Und, ja, dann wäre das echt cool, wenn man sich mal auf einen Kaffee oder auf ein Bierchen trifft. Ansonsten hoffe ich natürlich auch allen anderen hat dieses Video hier gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann wünsche ich euch noch einen wunderwundervollen Tag. Ich weiß nicht, welcher heute ist, weil ich nicht weiß, wann dieses Video online kommt, aber ihr wisst, welcher Tag heute ist. Das reicht auf jeden Fall und ich werde jetzt ganz schnell eine Dusche nehmen, weil es hier ziemlich warm drin wird. Schönen Tag euch noch. Tschüss! Tschüss!